Hallo Leute, heute mal ein kleines Unboxing von dem Performance PC System von Medion. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, wie der Name schon sagt, ist es ein PC von Medion mit dem Intel Core i5 Plus Prozessor mit Intel UHD Graphics 630 und mit 16 GB Intel Optane Speicher und mit 1 TB Festplatte und mit 180 GB SSD und 12 GB DDR4 Arbeitsspeicher. So, und jetzt würde ich sagen, packen wir den PC mal aus. So, der Karton ist jetzt auf. Hier haben wir einmal das Stromkabel mit dem Kaltgerätestecker und mit dem Netzstecker für die Steckdose. Dann haben wir hier einmal die Bedienungsanleitung von dem PC. Ja, und hier haben wir noch so einen Karton. Okay, das ist eine Computermaus. Und jetzt kommen wir zum PC. Und jetzt werde ich mal die Folie abmachen. So, das ist der PC. Okay, der hat hier unten ein Mikrofoneingang. Dann hier noch zwei USB-Eingänge. Hier ein Laufwerk. Und hier unten hat er hier noch den kalten Geräteeingang für das Stromkabel. Dann hier noch sehr viele USB-Eingänge. Hier noch HDMI, Displayport. Und hier oben auf der Oberseite des PCs befindet sich der Anschalter. Ich persönlich finde, dass dieser PC hammer-nice aussieht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Blocke, um keine weiteren Videos mehr vom zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!